Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mitmachen, Mutmachen. Die ZNS Hannelore Kohl Stiftung richtet ihr Angebot bundesweit an Menschen mit Schädel-Hirnverletzungen, deren Angehörigen und interessierte Fachkräfte. Der Beratungs- und Informationsdienst ist ebenfalls ein bundesweites Angebot und dort berate ich, mein Name ist Amor Neissner, gemeinsam mit meiner Kollegin und meinem Kollegen interessierte Menschen, die Fragen rund um das Thema Schädel-Hirnverletzung haben. Das können ganz unterschiedliche Fragen sein. Fragen zur Diagnose, zu den Folgen, ob sie sichtbar oder unsichtbar sind. Fragen zur Nachsorge, Rehabilitation oder auch Teilhabe. Wir stellen viele verschiedene Informationen zur Verfügung, zum Beispiel durch unsere Informationsbroschüren. Das ist zum Thema Schädel-Hirnverletzungen. Das ist eine Handlungshilfe für die Beantragung einer Rehabilitation, Informationen für Verkehrsunfallopfer, für Angehörige von Menschen im Koma oder auch über neuropsychologische Beeinträchtigungen. Diese können kostenlos auf der Homepage heruntergeladen oder auch als Druckversion bestellt werden. Mit dem ZNS-Hilfsfonds unterstützen wir finanziell Menschen mit unfallbedingtem Schädel-Hirntrauma und mit dem Roland-Weiss-Fonds Menschen im Wachkoma. Hierzu haben wir ebenfalls ein Video für euch gedreht, die die beiden Unterstützungsmöglichkeiten noch einmal genauer erklären und die ihr euch auf der Homepage gerne anschauen könnt. Für individuelle Fragen stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung. Wir nehmen für euch die Funktion eines Lotsen ein und vermitteln zu wohnortnahen Spezialisierten Angeboten. Das können Rehabilitationseinrichtungen sein, das können Selbsthilfegruppen, Therapeutinnen und Therapeuten sein oder auch stationäre und ambulante Angebote in eurer Umgebung. Neben den praktischen Hilfen haben wir immer ein offenes Ohr für euch. Ihr könnt jederzeit bei uns anrufen oder euch per Mail bei uns melden. Wir sind für euch da, wenn es um die Frage geht, wie gehe ich mit meiner Krankheit um, wie gehe ich mit meinem Angehörigen um, welche Belastungen erlebe ich und wie finde ich bestmögliche Lösungsmöglichkeiten dafür. Auf unserer Homepage stellen wir eine Datenbank zur Verfügung, in der ihr nach eurem jeweiligen Bundesland filtern könnt und selber noch Unterstützungsmöglichkeiten suchen könnt. Eure individuellen Fragen können wir dann aber gerne auch nochmal persönlich in einem Telefonat klären. Im Rahmen der Seminare der ZNS Akademie sind wir mit dem Beratungsdienst immer persönlich vor Ort. Wir geben Vorträge, Workshops und stehen auch immer für Einzelgespräche zur Verfügung. Informationen zu unserem Seminarangebot und die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr auf der Homepage der ZNS Akademie. Wir freuen uns sehr auf euren Anruf, egal ob ihr Informationen oder ein offenes Ohr braucht, wir sind gerne für euch da.